Dieser Koran wird uns in der Nähe von uns gebeten. Gott hat ihn gebeten und der Propheten uns gebeten. Unter denjenigen vor euch war einmal ein König, der einen Zauberer hatte. Als letzterer alt wurde, sagte er zum König, Ich bin nun alt geworden. So schicke mir einen Jungen, den ich in der Zauberei unterrichten kann. Dieser kam auf seinem Weg zum Zauberer an einem Einsiedler vorüber, zu dem er sich setzte und dessen Worten zuhörte. Was der Einsiedler ihm sagte, gefiel ihm so gut, dass sich der junge Mann jedes Mal zu ihm setzte, wenn er auf seinem Weg zum Zauberer bei ihm vorbeikam. Doch wenn er dann zum Zauberer kam, schlug ihn dieser, worauf er sich beim Einsiedler beklagte. Und wenn du dich vor deinen Angehörigen fürchtest, dann sag ihm, der Zauberer hätte dich aufgehalten. Während er mit dieser List einige Zeit fortfuhr, geschah es, dass er eines Tages einem gewaltigen Untier begegnete, das den Leuten den Weg versperrte. Da sagte er sich, jetzt werde ich wissen, ob der Zauberer besser ist oder der Einsiedler. Er nahm einen Stein und sagte, oh Allah, wenn dir die Lehre des Einsiedlers lieber ist als diejenige des Zauberers, dann töte dieses Untier, damit die Leute weitergehen können. Dann warf er mit dem Stein nach dem Untier und tötete es, sodass die Leute weitergehen konnten. Hierauf begab sich der Jüngling zum Einsiedler und berichtete ihm davon. Worauf dieser zu ihm sagte, mein Sohn, du bist jetzt besser als ich. Du hast jetzt, wie ich sehe, ein Stadium erreicht, wo du Heimsuchungen ausgesetzt sein wirst. Wenn dies geschehen sollte, dann verrate niemanden meinen Aufenthaltsort. Der Junge fing nun an, Blindgeborene und von Weißfleck Befallene zu heilen und die Leute gegen alle Krankheiten zu behandeln. Als ein blindeter Tischgenosse des Königs davon erfuhr, begab er sich mit vielen Geschenken zu dem Jüngling und sagte, das alles ist dein, wenn du mich heilst. Der Junge erwiderte, nicht ich heile jemanden, sondern Allah, der Erhabene ist es, der die Heilung gewährt. Wenn du deinen Glauben an Allah, den Erhabenen, bekundest, werde ich für dich zu Allah beten, sodass er dich heilt. Da erklärte der Höfling seinen Glauben an Allah, den Erhabenen und Allah, der Erhabene, heilte ihn. Als er sich zum König begab und dort wie gewöhnlich mit ihm zusammensaß, fragte ihn der König, wer hat dir dein Augenlicht zurückgegeben? Der Mann antwortete, mein Herr. Der König fragte weiter, hast du denn einen Herrn außer mir? Der Höfling erwiderte, mein Herr und dein Herr, es ist Allah. Da befiel der König, den Höfling festzunehmen und foltern zu lassen, bis er den Namen des jungen Mannes verriet. Der König ließ Letzteren bringen und sagte zu ihm, mein Sohn, du hast es in der Zauberei so weit gebracht, dass du blindgeborene und weißgefleckte heilen und dies und jenes vollbringen kannst. Der Junge erwiderte, ich heile niemanden, sondern Allah, der Erhabene ist es, der die Heilung gewährt. Da ließ der König ihn ebenfalls festnehmen und so lange foltern, bis er den Einsiedler preisgab. Dieser wurde herbeigebracht und aufgefordert, seinen Glauben zu widerrufen, was er jedoch verweigerte. Da ließ der König eine Säge herbeibringen und dem Einsiedler auf den Kopf ansetzen und ihn so dann in zwei Hälften teilen, bis jede von ihnen zu Boden fiel. Hierauf wurde der Tischgenosse des Königs gebracht und ebenfalls aufgefordert, seinen Glauben zu widerrufen, was er jedoch verweigerte. Daraufhin wurde ihm ebenfalls die Säge mitten auf den Kopf angesetzt und er in zwei Hälften geteilt, bis jede von ihnen zu Boden fiel. Hierauf wurde der Jüngling gebracht und aufgefordert, seinen Glauben zu widerrufen, was er jedoch verweigerte. Da übergab ihn der König einigen seiner Leute mit dem Befehl, ihn zu den Bergen so und so zu bringen und mit ihm auf den Berg zu steigen. Wenn ihr dessen Gipfel erreicht habt, dann stoßt ihn hinunter, falls er nicht seinen Glauben abschwört. So gingen sie hin und bestiegen mit ihm den Berg. Dort angekommen, flehte der Jüngling, O Allah, errette mich vor ihnen, auf welche Weise du willst. Sogleich erbebte der Berg und die Leute des Königs stürzten hinunter. Der Junge aber ging zum König, worauf dieser ihn fragte, Was ist mit deinen Begleitern geschehen? Der Jüngling antwortete, Allah, der Erhabene, hat mich vor ihnen errettet. Da übergab der König ihn einigen anderen seiner Leute und befahl ihnen, mit ihm in einem Boot mitten aufs Meer hinauszufahren. Wenn er nicht seinen Glauben abschwört, dann werft ihn ins Meer. Dort angekommen, flehte der Jüngling, O Allah, errette mich vor ihnen, auf welche Weise du willst. Da kenntete das Boot und die Leute des Königs ertranken. Der Junge aber ging zum König, worauf dieser ihn fragte, Was ist mit deinen Begleitern geschehen? Der Jüngling antwortete, Allah, der Erhabene, hat mich von ihnen errettet. Weiterhin sagte er zum König, Du wirst mich nicht töten können, bevor du nicht getan hast, was ich dir befehle. Der König fragte, Was ist das? Der Jüngling erwiderte, Versammle die Leute auf einen offenen Platz und binde mich an einen Palmstamm. Hierauf nimm einen Pfeil aus meinem Köcher, Lege ihn in der Mitte eines Bogens an und sprich im Namen Allahs, des Herrn, dieses jungen Mannes und schieße ihn dann ab. Wenn du dies tust, wirst du mich töten können. Der König tat, wie ihm der Jüngling gesagt hatte, Lies die Menschen auf einen offenen Platz zusammenkommen und den Jüngling an einen Palmstamm binden. So dann nahm er einen Pfeil aus dem Köcher, legte ihn in der Mitte des Bogens an und sagte, Im Namen Allahs, des Herrn, dieses jungen Mannes. Hierauf schoss er den Pfeil ab, der den Jüngling in die Schläfe traf. Dieser legte seine Hand auf die Schläfe und starb. Als die Menschen dies gesehen hatten, bekundeten sie, Wir glauben an Allah. Wir glauben an den Herrn des Jünglings. Der König bekam zu hören, Schau, was du befürchtet hast, ist eingetreten. Die Leute bekunden ihren Glauben an den Herrn des Jünglings. Da befahl der König, auf beiden Seiten der Wege, Gräben auszuheben und als sie fertig waren, in ihnen Feuer zu entfachen. Er erließ den Befehl, wer sich weigert, seinen Glauben zu entsagen, den stoßt hinein oder dem soll befohlen werden, sich selbst hineinzustürzen. Die Leute des Königs führten diesen Befehl aus, bis eine Frau mit ihrem kleinen Jungen kam, doch zögerte sie, sich ins Feuer werfen zu lassen. Worauf der Junge zu ihr sagte, Liebe Mutter, sei standhaft, denn du bist auf dem Weg der Wahrheit. Dein Der Dann Unwärter Vielen Dank.